Herzlich Willkommen beim Buch des Lichts. Heutiges Thema. Alle Schul- und Lehrbücher müssen umgeschrieben werden. Die Thesen, die bis heute gelehrt werden, an Schulen und Universitäten, den Ursprung zum Beispiel der Tiere betreffend, bleiben wir mal nur bei den Tieren, sagen wir mal noch nichts zum Ursprung des Menschen, den Ursprung der Tiere betreffend, alle diese Thesen sind völlig falsch und nicht das Papierwert, auf dem sie gedruckt wurden. Und nein, ich rede auch nicht von einem Schöpfergott, sondern ich bleibe ganz klar mit beiden Beinen auf dem Boden der Realitäten. Ich bin trotzdem kein Atheist. Hört bitte genau zu und liebe Lehrer, Professoren und auch Schüler. Wenn ihr wirklich Verantwortung habt und zeigen wollt, dann gebt euren Lehrern bitte das Buch des Lichts, euren Kindern das Buch des Lichts für Kinder, damit wenigstens bei den Kindern die falsche Denkweise verschwindet, denn das kriegen sie ja in den Schulen auch beigebracht, als ob der Mensch aus dem Tier entstanden wäre oder der Mensch aus dem Affen. Das ist ein völliger Unsinn. Und ja, wenn man überhaupt demonstrieren sollte, gegen irgendwas, sage ich immer, dann bitte zunächst mal alle Schulen und Lehrbücher, alle Schulbücher und Lehrbücher verbrennen. Das wäre eine Bücherverbrennung, die wohltuend ist. Die wohltuend ist. Und sich dem Buch des Lichts zuwenden, welches lehrt, alle Tiere, auch der Affe, stammen vom Menschen ab. Und das will ich jetzt im Folgenden erklären und beweisen, dass ein Fünfjähriger es verstehen kann. Denn, meine Lieben, die Wahrheit wird von den sogenannten Herren Wissenschaftlern und Damen so kompliziert gemacht, damit sie auch ihre, sagen wir mal, Finanzierungen immer bekommen. Die müssen ja ihre Miete bezahlen und ihre Familie ernähren, das ist mir schon klar. Und ihre Forschungsgelder müssen auch fließen. Aber die Zeit ist jetzt gekommen, wo wir endlich mal aufwachen und in die andere Richtung denken. Und wer von euch ein bisschen Funken-Ehrgefühl hat und Verstand, der wird diese Lehre verbreiten. Ihr findet auch auf meiner Webseite, die dort angegeben wird, ein Poster, welches ihr ohne Kosten downloaden könnt. Auf Deutsch, Englisch und Russisch. Da wird die gesamte Geschichte auf einem einzigen Poster erklärt. Und nun in Medias Res. Vorausschicken möchte ich noch. Das sind ja hier nur Andeutungen, die ich machen kann. Darum hat das Buch des Lichts ja zehn Bände, meine Lieben, zehn Bände. Ich kann nur Gedankenanregungen geben. Und wer dann wirklich mehr wissen will und alle Fragen beantwortet haben möchte, der befasst sich dann mit dem Buch des Lichts. Und was lehrt uns denn das Buch des Lichts? Es lehrt uns, dass die Tiere vom Menschen abstammen. Ganz entgegen dessen, was jetzt an Schulen und Universitäten unter Evolution und Darwinismus gelehrt wird. Nicht der Mensch stammt von den Tieren ab, sondern das Tier vom Menschen. Natürlich war der Mensch damals, als dies geschah, nicht in der heutigen Gestalt. Er hat die Tiere, wenn man so will, von sich abgesondert. In welcher Gestalt war der Mensch dann? Das Buch des Lichts lehrt, grundsätzlich vor der physischen Evolution gab es eine geistig-feinstoffliche, sich dann verdichtend. Und wir sind wieder auf dem aufsteigenden Bogen zurück zur geistigen Quelle. Radioaktivität wird dazu führen, auch dass die Formen immer feiner, immer vergeistigter, immer durchsichtiger werden. So, das jetzt mal vorausgesetzt. Und natürlich wird das, allein wenn man sich damit befassen will, warum muss man einen ganzen Band lesen? Ja, meine Lieben, hier werden doch keine Grimms Märchen erzählt, sondern hier geht es zur Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass so mancher Wissenschaftler, Anthropologe, der sein Leben lang studiert und seine Studenten. Irgendetwas in euch wird erkennen, dass das stimmt, was ich sage. Und ihr werdet entweder hysterisch reagieren, euch halb tot lachen oder euch nachts im Bett die Haare raufen. Aber es ist noch nicht zu spät, meine Lieben. Es ist noch nicht zu spät. Also, die Tiere stammen vom Menschen ab. Das war zu einer Zeit, meine Lieben, als die Menschen noch feinstofflich protoplasmisch waren, geschlechtslos, androgyn, wenn man so will, haben sie Substanz von sich abgeschieden. Warum? 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 Um das Höhere zu werden, muss man das Niedere abstoßen. Sie haben das Tierreich buchstäblich ausgeschieden von ihren Strukturen. Nicht auf einmal. Paris-Passu. Also, durch die Millionen Jahre hindurch. Die Menschen haben erst abgeschieden die Uranen der Fische, was sie später entwickelten, diese Substanz, die selber noch androgyn war, entwickelte sie später zu den Strukturen. Und die Tiere, die Säugetiere, wenn man sagen, auch vor allem teilten sich vor 25 Millionen Jahren in die Geschlechter. Die Menschen vor etwa 18 Millionen Jahren. Aber davor waren die Strukturen androgyn, feinstofflich, protoplasmisch, kann man sagen dann. Zunächst stieß der Mensch die Fische ab. Wir werden später erfahren, dass das die wahre Bedeutung vom Fischezeitalter unter anderem ist. Dass es auch damals gab, und dass es heute gibt. Die Sternkreiszeichen sind nach diesem Ausscheidungsvorgang benannt. Meine Lieben, Ehre sei dem Buch des Lichts. Der Mensch stieß zuerst der androgyne, protoplasmische Mensch, stieß Substanzen ab, die sich entwickelten zu den Uranen der späteren Fische. Dann stieß er als nächste Stufe Substanzen ab, die sich entwickelten zu den Reptilien, zu den Uranen der Reptilien von heute. Zu den Amphibien. Dann stieß er Substanz ab, zum Beispiel von der Lungensubstanz, so lebt das Buch des Lichts. Die Vögel entstammen der Lungensubstanz des Menschen. Ja, bitte. Dann stieß er die Vögel ab. Diese protoplasmische Struktur, wie hat er sich entwickelt? Angetrieben von Monaden, von Wesenheiten, von Gottesfunken, die diesen Prozess dann in Gang gebracht haben. Also wir sind hier keine Atheisten oder sowas, das müsst ihr auch noch sehen. Und nachdem der Mensch die Vögel oder die Uranen der Vögel abgestoßen hat, stieß er die Uranen der Säugetiere ab. Nicht wahr, Säugetiere haben Brüste und Warzen, weil der Mensch sie hat. Alles entstammt dem Menschen. Sogar wenn wir noch weiter zurückkehren, natürlich Paris-Passu mit dem Planeten zusammen, dem Erdplaneten, entstammt alles dem Menschen, auch die Substanz des Planeten verwendend, denn der Planet damals war auch nicht so feststofflich wie heute. Und von diesen ausgeschiedenen Gruppen, meine Lieben, von diesen ausgeschiedenen Gruppen gab es wieder ein allmähliches Ausscheiden. Raubtiere wurden früher ausgeschieden als die Affen. Und die Affen wurden auch nur deshalb ausgeschieden, weil der Mensch Sex mit Tieren hatte damals. Damals waren die Arten noch näher beieinander, da war es möglich heute nicht mehr. Vor etwa neun und mehr Millionen Jahren hatte der Mensch Sex mit Tieren. Die führten zu den Urahnen der Affen von heute. Meine Lieben, so ist das nun mal. Das macht Sinn. Das ist logisch. Und wer es dann mit den Raubtieren und so weiter auf sich hat, da kommen wir dann auch noch dazu, warum die Krallen haben, statt wie wir Finger und so weiter. Das sind alles untere Eigenschaften der damals androgynen Menschen, die der Mensch ausscheiden musste. So wie wir bald unseren Körper abgeben müssen und nicht mehr in dieser Struktur wiedergeboren werden können. Darum stimmt so Fati und Toben, die sagen, eines Tages werden wir nicht mehr aufhören zu lächeln. Wenn wir gehen, werden wir schweben. und Licht wird aus unseren Augen brechen. Meine Lieben, dass es der Mensch der Zukunft haftet euch nicht zu sehr an diesem ganzen Quatsch hier. An dieser geisteskranken Welt, regiert von geisteskranken. Schaut euch mal unsere Herrschenden an. Die sehen ja aus wie gesuchte Verbrecher. Man soll nicht nach außen gehen. Beim Menschen ist mir schon klar, nach dem Äußeren. Aber manches ist so offensichtlich. Ich bitte euch. So, nachdem ich wieder mal einen Fehler begangen habe, nehme ich ausgeschweif. Wurde ausgeschweift, aber ein bisschen komme ich zurück zum Thema. Dann wurden die Löwen ausgeschieden. Das Sternbild, in dem die Sonne damals stand, als der Mensch die Löwen ausgeschieden hat, nannte man Sternkreis Löwe. Jetzt habt ihr die ganze Wahrheit. Und wie der Mensch seine Stirnnatur, die war in dem astralen Menschen drin. Meine Lieben, wir begegnen in den Tieren unseren eigenen Naturen. Als der Mensch die Stirnnatur ausgeschieden hat, na wie hat man dann wohl das Sternbild genannt, das gerade in der Sonne war? Bestimmt nicht Eichhörnchen, sondern Stier. Darauf deuten auch die vier apokalyptischen Tiere hin in der Offenbarung des Johannes. Adler, Löwe, Stier, Mensch. Meine Lieben, der Mensch hat Gruppen menschlicher Instinkte und Leidenschaften genauso wie die Tiere, nur, dass er sie hoffentlich schon abgestoßen hat. Denn das Abgestoßene der Menschen von damals sehen wir in den Tieren von heute. Ehre sei dem Buch des Lichts. Liebe Zoologen, die Kinder sind doch im Zoo. Zeig den Kindern mal oder erklärt den Kindern das mal. Ich werde, glaube ich, einen Auftrag geben, mir ist endlich eine große, eine große Skulptur. Die Menschen damals waren 10, 15, 20 Meter und höher, diese Strukturen, als sie die Urahnen der Säugetiere von heute und der Tiere von heute abschließen. Einige Monaden kamen auch von anderen Planeten, aber das hat nichts damit zu tun, und das ist jetzt ja immer diese Sache, wie sie sich hier darstellt. Die verhärtete Natur des Menschen, die damals noch feinstofflich war, wurde ausgeschieden, hat sich dann verhärtet in den Krallen und Hufen und all diesen Dingen. Und wie Menschen reinkarnieren, reinkarnieren selbstverständlich auch Tiere. Warum frisst ein Löwe, ein wilder Löwe, ein kleines Reh, das ihm nichts getan hat, meine Lieben, ich bitte euch, ein Reh, das von Kräutern lebt und von Gras und so weiter. Der Löwe ist nicht immer Löwe und das Reh nicht immer Reh. Auch da wird Karma wohltuend sich zur Verfeinerung der Formen hin bewegen und dann sind die Tiere beziehungsweise die Wesenheiten innerhalb der Tiere wieder bereit, oder was heißt wieder, bereit für das Menschenreich, mein Lieben. Wetten, dass bis jetzt an dem Punkt kein Biologe, Archäologe, Anthropologe mehr zuhört? Ich würde mir wünschen, doch. Wacht doch endlich auf. Macht das Buch des Lichts als Pflichtlektüre an Schulen und Universitäten. Könnt ihr mich hören? Nun, wenn die Menschen in alle Tiernatur abgestoßen haben, warum benehmen sie sich heute immer noch wie die Tiere? Ja, weil sie wahrscheinlich nicht alles abgestoßen haben und weil sie das Denken angefacht von Dämonen dazu verwenden, anderen Leid zuzufügen. Was ein Tier also per se, das vom Menschen abstammt, noch relativ unbewusst tut, das macht der Mensch ganz bewusst. Umso schlimmer ist das ja, meine Lieben. Und wer nun einwenden mag, ja, das Tierkreiszeichen der Fische gibt es doch erst jetzt. Also müsste der Mensch jetzt die Fische abgestoßen haben oder beziehungsweise in den letzten 2000 Jahren. Das stimmt natürlich nicht, meine Lieben. Sondern diese Tierkreiszeichen sind von ganz besonderer Natur. Und wenn wir heute sagen Fische und so weiter, dann ist das ein überlieferter Begriff und deshalb muss ich mal ein bisschen auf die Tierkreiszeichen eingehen. Das sind also zwölf und die gliedern den Tierkreis ein, diese Tierkreiszeichen, in zwölf Abschnitte. Und Namensgebung war vor etwa 2500 Jahren erst. Aber das ändert nichts daran, dass zu der Zeit, als der Mensch die Fische abschießt, das in einer Konstellation geschah, wo eben die Sonne in so einem Kreiszeichen war. Und wer von euch weiß, was eine Präzision ist, die bald kommen wird und endlich mal die satanischen, pädophilen Politiker, Banker und Priester von der Fläche fegen wird, diese ganzen Soros-Satanisten, ja? Die Erde wird ihre Achse ändern. Das bedeutet Präzision, mein Lieben, unter anderem. Da verschieben sich die Tierkreiszeichen gegenüber den Sternbildern um jeweils ein ganzes Zeichen. Und wir haben darüber gesprochen, mit dem Atem, was mit dem Atem zu tun hat, nach 25.920 Jahren ist immer ein neuer Zustand, ursprünglicher Zustand wiederhergestellt. 25.920 Mal atmet der Mensch am Tag. Ja? Und so viele Tage wird er alt. Im Schnitt. Denkt mal drüber nach. Aber die abendländische Astrologie und auch die tropischen, die orientieren sich eben am Verlauf des Jahres. Und trotz der Verschiebungen gegenüber den Sternbildern rechnen die weiter mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen. Aber in Wirklichkeit beginnt der tropische Tierkreis mit dem Frühlingspunkt. Der ist unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreiszeichens wieder gleichgesetzt. Aber gleichzeitig ist der Frühlingspunkt heute astronomisch schon weit im Sternbild der Fische. Also ich werde jetzt wahrscheinlich zu detailliert, meine Lieben. Da muss man auch wissen, wie der Tierkreis entstanden ist. Ich muss das jetzt mal sagen. Also belahnt hat man ihn einmal nach den Absonderungen des Menschen, der Art der Tiere, die er abgesondert hat, beziehungsweise der Grundstruktur des dessen, was später zu Tieren wurde. Das Buch des Lichts lehrt ja, dass ein Planetensystem sich immer in sieben aufeinanderfolgenden Weltentwicklungsstufen, Manwanteras, aber auch planetarischen Ketten, bewegt. Ihr seht, wenn jemand davon noch nicht gehört hat, muss er sich mit der Lehre befassen, das ist klar. Die sind getrennt durch kosmische Ruheperioden. So. Und das ist eine Entwicklungsstufe, die aufsteigt vom planetarischen Zustand zum Fixsternsystem. Und dann, am Ende der siebengliedigen Reihe, zu einem Tierkreis. das sind hierarchische Entwicklungen, mit denen wir dann wachsen. Es sei denn, wir langen Nirvana haben, wollen nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben, mein Lieben. Wenn wir an das vorangegangene Weltensystem denken, lehrt das Buch des Lichts, das sich völlig aufgelöst hat in Äther. Und wurde der Umkreis zu einer noch unstrukturierten Anlage eines neuen Tierkreises. Und aus dem heraus wurde unser Planetensystem geschaffen, beziehungsweise wir lehren also keinen Schöpfer, und sind aber keine Atheisten, sondern wir lehren, dass der Planetenengel und seine Hierarchie sich in die Materie manifestiert haben und dadurch den Planeten erzeugen. Dann steigen die Menschen von einem Planeten zum anderen und der Planet, den sie verlassen haben, wird zum Mond des Neuen. Darum ist der Mond älter als die Erde und die Mutter der Erde. Wer ist zu fassen? Wer mag, mein Lieben, der fasse es. Ich bin jetzt mal schon fast unerlaubt tief gegangen. Den Rest müsst ihr natürlich machen, wenn ihr da euch damit befasst. Und ihr müsst sehen, meine Lieben, dass es einen Zusammenhang des Tierkreises mit der Entwicklung des Menschen und der Tierwelt geht. Mit Menschen meine ich auch den beginnenden Menschen. Ja? Schaut mal. Ich gehe jetzt trotzdem mal da tiefs egal. Wie die Sonne, bis es im Buch das liest, sich manifestiert hat in unser Sonnensystem und die anderen Planeten auch nur Feuerkreise waren, die sich verdichteten dann um die Sonne. Und dann war ein Wechsel von Tag und Nacht. Dauerte viel länger als heute. Da haben sich die ätherischen Menschen den unteren physischen, tierähnlich geformten Menschen allerdings angegliedert. Aber es waren schon Menschen und waren Formen. Wir nennen die ätherischen Menschen Manasaputras. Irgendwelche Bücher in Los Angeles und so weiter das Ganze nicht verstehen, sagen, wir Windexperimente von Menschen, die von einem anderen Planeten kommen, das stimmt und stimmt nicht. War einfach die karmische Aufgabe dieser ätherischen Menschen, sich uns anzugliedern. Der Form, die damals nun mal eben da war. Protoplasmisch, Androgyn und so weiter. Manche haben es getan, manche haben gezögert. Und die Namen der Tierkreiszeichen leiten sich auch von diesen angegliederten Formen an. Und was eben nicht Entschuldigt bitte, meine Lungen machen nicht mehr so mit. Und was eben nicht integriert werden konnte im Menschenwesen, nicht wahr? Das wurde dann herabgesetzt als eigenständige Tierform und das sind dann die urahnden Tiere von heute. Zuerst haben die Menschen sich der Fischform angegliedert. Da stand die Sonne im Zeichen der Fische. Wenn ihr heute zum Beispiel seht, die heutigen Füße sind die ursprünglichen Fische, Unterschenkel des Wassermanns. Knie sind mehr im Zusammenhang mit Steinbock-Zeichen. Und die Menschheit hat sich immer weiter entwickelt. Oberschenkelstruktur vom Schützen. Und der Schützen stand sich. Ja. Der untere blieb physisch und der obere war noch ätherisch. Manche waren vereint, manche nicht. Erst als die Erde sich völlig selbst aus der Mondkette gelöst hatte und der Mond zu dem wurde, was er jetzt ist, ein verfaulender Körper. Ja, Entschuldigung. Wenn die Sonne drauf fällt und auf die Erde reflektiert und auf unser Astralkörper hat das sehr schlimme, oft sehr schlimme Einwirkungen. Kriminalität ist am höchsten bei Vollmond und so weiter und so weiter. Muss nicht sein kann. Das war in der Lemurischen Zeit. Da hat sich die Geschlechtlichkeit des Menschen herausgebildet. Und die Sonne war damals im Zeichen des Skorpions. Die Menschen, also die ätherischen Lichtgestalten wurden zunächst ein Wärme Wahrnehmungsorgan und so öffneten sich die Sinne nach außen. Griechische Mythologie, Polypenauge und so weiter. Alles hat alles seinen Sinn. Der Mensch war bis zur Mitte physisch ausgebildet, aber Sonne und Mond hat die Waage gehalten. Daher Hüfte Bildung vom Menschen. Zeichen der Waage. Da stand die Sonne damals gerade. Das war in der Mitte der atlantischen Zeit vor einigen Millionen Jahren. Und das ist eine Entwicklung, die viele Jahre gebraucht hat. Jetzt stellt euch das bitte nicht so vor, als wenn bei einem Durchgang, dass das geschieht, mit einem Durchgang der Sonne natürlich nicht. Die Sonne geht ja einmal ganz herum im Tierkreis, ja? Und nach dem ganzen Umlauf geschieht der Fortschritt. Die musste in früheren Zeiten noch öfter umlaufen, bis solch ein Fortschritt geschehen. Und darum darf man eben das von heute, was heute ist, nicht für die atlantischen Epochen rechnen. Und natürlich gab es auch ein Urbild des irdischen Menschen. Ja? Der Mensch des Mikrokosmos. Adam Kat Mann. Jetzt bin ich zum Beispiel schon ganz weit mich rausgelehnt, aber das war zum Beispiel bei den Riese Imir, bei den germanischen Mythologen und so. Das sind alles wissenschaftliche Sachen verhüllt in Legende. Ja? Es gibt nur einen Menschen im ganzen Universum. Der heißt Adam Kat Mann und auf seinen Atomen und Molekülen leben wir. die Kräfte des Planetensystems sind die inneren Organe dieses Menschen. Die Sonnenkräfte, alle, nicht nur die eine Sonne hier, sind das Herz dieses Menschen. Merkur ist die Lunge und so weiter und so weiter und so weiter die merkurischen Kräfte. Und darum entsprechen die zwölf Sinne des Menschen den zwölf Tierkreis Zeichen und darum ist zum Beispiel der Kopf und die Sinne die Gehirnnerven gibt zwölf paar Gehirnnerven wandeln ein Kraftsystem um des Leibes Umwandlung des Kraftsystems des Leibes von der vorherigen Inkarnation die Arme werden sich irgendwann beziehungsweise entwickelten sich auch da zum Sprachsinn und die Knie zum Tastsinn Wer hat mich verstanden mein Leben und nun werde ich euch sagen wie die sternkreischen Zeichen verbunden sind mit eurem Körper wieder im Kopf aufrechthalt Kehlkopf Stier Nacken in Ordnung zur Tonbildung Arme Hände Symmetrie Zwillinge Brustkorb Lunge Rippe Atmung Krebs Löwe Herz Daraufhin wirkt das der Sternkreis Zeichen Löwe aufs Herz Jungfrau Brauch innere leibliche Beziehung Leber Milz Verdauungsorgane Dann haben wir die Waage Die muss ja auf die Hüfte Einwirkung haben weil da ist ja die Gleichgewichtslahre und auf die Nieren Skorpion meine Lieben wenn die Menschen sich geteilt haben in Männer und Frauen Geschlechtsorgane Gebärmutter Oberschenkel sind beeinflusst und repräsentiert vom Schützen Knie vom Steinbock Unterschenkel vom Wassermann und Füße von den Fischen meine Lieben So sieht das aus mit dem Ursprung der Tiere und so sieht es aus mit der Einwirkung der Sternkreiszeichen auf den Menschen und so sieht es aus mit dem Schützen und so und so und so